äh, so eine Art Stripmine quasi nur, dass wir anstatt ähm, ähm, Diamanten Höhlen und Eis und so äh, könnte ich mich da haben meine Spitzerke hier so, gleich wird wahrscheinlich... ohja, wir haben schon Tom, das ist alles genau man fragt sich nur, wo der schon wieder ist ich guck mal wo bist du? es wird lauter, habe ich so das Gefühl ich brauche mal ein paar Fackeln warte ich mir auch mal die Helligkeit ein bisschen höher damit ihr auch was seht Helligkeit passt das sieht man mal wieder auf Youtube nix Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Sind die da oben? Hallo? Sind die da oben? Hallo? Jetzt wird's wieder leiser, habe ich so das Gefühl oh, wir haben Eisen so, für eine Schlitzerke haben wir jetzt erstmal genug Eisen das ist schön trotzdem noch ein bisschen mit der Holz weiter man, ich bin's voll gewohnt geduckt zu laufen durch Anni-Lation da sollte man sich nie in der Eisenmine hinstellen guck mal Leute wenn ich weiß was Anni-Lation ist einfach mal auf shockbow.net gehen so heißt ein Server die haben da richtig geile Spielemann gebaut unter anderem wie gerade erwähnt Anni-Lation wo dein Team also du und ein paar andere Leute aus deinem Team ein Nexus beschützen müssen das ist ein Ender Entsteigen da wird euch rechts die Lebensanzeige angezeigt und es gibt dann halt noch vier weitere Teams und die Teams müssen gegenseitig die Nächsten zerstören das heißt ihr müsst von euren Gegnern die Nächsten zerstören aber euer darf natürlich nicht kaputt gehen und dann gibt es dann auch Klassen wie zum Beispiel den Spy der sich komplett unsichtbar machen kann wenn er schleicht oder den Lumberjack der wenn er spawnt direkt eine Dings hat eine Axt damit er Holz abbauen kann und dann Mauern bauen kann fürs Team und so weiter das geht auf jeden Fall richtig ab oh, jetzt haben wir uns einmal im Kreis genommen schön ah ok alle meine Spitzakten sind kaputt noch eine ne gehen wir schnell das Eisenbraten dann kommt eine Eisenspitze wieder hier geht's raus ja das macht auf jeden Fall richtig süchtig das Spiel eh da hab ich auch schon einige Spielstunden mit verbracht mit Anni-Lation und ich hab da auch schon übens viele Klassen vier oder fünf Stück wie es jetzt noch nicht das geht auf jeden Fall richtig ab so 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 scholarship obsol Elder so how die Tür zu die Tür so wie er kaum noch ein Prozent Prozent ja ich breite schon in die Sticks vor ich weiß das war jetzt sehr lange Vorbereitungszeit so ich guck mal ist schon irgendwas da draußen fertig ja ja jetzt gehe ich gleich mal abholen wir verlieren schon wieder gerade übelste schnell essen ey das ist so unlogisch seit dem letzten Update ich glaube das ist auch ein Bug ey man verliert auch den Survival Server den ich habe da hatten wir immer übelst viel essen wir hatten das damals schon gar nicht mehr gesammelt weil es war so unnötig viel ist jetzt alles weg hey wir mussten so viel essen seit dem letzten Update du rennst zwei Meter und du musst essen einfach du musst einfach essen da hast du manchmal ein Stick gegessen in 10 Minuten Bier so Brot weil die Leute die gerade auf der 1 7 4 spielen 1 7 allgemein die wissen was ich meine das kann man schon mal rausnehmen wo wir jetzt die Sticks hingetan hier da so wir machen uns als erstes das und ein Schwert weil mit dem Steinschwert möchte ich die nicht alle töten müssen das ist nicht gut und wir haben übelst viel Fackelmann so jetzt wird gejagt Predator oh ein Enderman aber der interessiert mich gerade nicht Zombie da kommen wir nicht richtig gut rein das stelle ich auch Skelett das ist da drüben da will ich jetzt auch nicht drüber Creeper ja okay noch ein Creeper eine Spinne alles so eine scheiß Mops Skelett im Wasser Skelett im Wasser das ist nicht gut Skelett und was ist sehr 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 gefährlich weil die haben ein von 100 Prozent und treffe ich einfach immer selbst wenn die gar nicht mehr da bist treffen die dich noch deswegen gucken wir mal was in den Bergen auf uns wartet das lieben Zwerge guck mal ein einzelnes Skelett ich pirsch mich da jetzt an das müssen ganz leise sein die das ist glücklich und ich bin auch nicht Zugriff Zugriff go 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 Oh. Okay, tot. Was haben wir gedroppt? Pfeiler. Aber Knochen? Ne, ich sollte mal was weglegen, damit wir auch Knochen aufheben können. Falls wir welche bekommen. Oh, Skelett. Zugriff, Zugriff. Boah, und es überlebt natürlich. Was haben wir bekommen? Wir haben noch Knochen. Wir haben noch Knochen zwei Stück schon. Ach so, das war alles von einem Skelett. Na, okay. Was ist das denn da? Ist das ein Slime? Ja, das ist ein Slime, man kriegt Charme, man springt da hinten. Ich sag grad, das sind Texturenfehler. Nein, das ist Slime. Oh, ein Skelett. Schnell, Delta 7. 37b. 500er Mauswörscher Angriff. Ja, und wir haben grad zwei Essenskoilen innerhalb von einer Millisekunde verloren. Das ist sehr gut. So, okay. Lage ist ruhig. Ich hab grad nochmal geguckt, wie viel Essen wir grad haben. So. Ah, oh. Alter. Wir haben noch ein Skelett. Da ist es. Jawoll, Knochen. Ja, wieder zwei Stück. Alter, was ist das denn für eine Mob-Party, alter? Da. Da geht's richtig Party da hinten. Habt ihr mal hier hoch? Und schon mal unsere Guck hier, ne? So, einfach mal die Beine baumeln lassen. Vor Block. Und den möchte ich da nicht holen. Alter, warum sind hier so viele Creeps? Oh, meine Güte. Ähm. Minecraft Musik. Ich hab nicht mehr in dran gedacht, wenn ich den Händler aufgetab. Sorry. Hab das eigentlich gewöhnt, weil ich immer auf dem Survival-Survorspiele. mit einem dicken Diamantschwert ein Eisenrostrum rumzurennen. Aber hier renne ich ja nur mit einem dicken Eisenschwert und, na, Harnisch rum. Ich könnte da hinten zu dem Skelett rennen. Das würde ich auch tun, was da hinten da unten hat gewesen. Oh Gott, ich hab grad was gesehen. Oh, ein Pferd im Loch. Oh, das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Ich leg mal kurz die Schüssel hier rein. Oh, die Pferde. Oh, da. Oh, ein Zombie hier. Ja, reinsprinziert, ja, reinsprinziert. Sehr gute Dynamite, ja. Die Schüssel, die werden sie übertragen. Ungelogen. Ungelogen. Rottenflash. Darf ich auch nicht essen. Schade. Ach, im Moment würde ich einfach alles essen, was so ist ich. Ich hab ein Skelett gehört. Ich hab ein Skelett gehört. Das ist so oft zu mir. Oh. 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 übel schnell, ey. Baby-Zombies sind im allgemeinen übelst gefährlich, ey. Die rennen und rennen, ey. Ich fühl's mal so schnell wie ein normaler Zombie. Ey, wir haben gerade schon wieder zwei Köln verloren, ne? Nix machen. Im Laufen. Warte mal kurz, wir müssen mal kurz gucken, was mein Hamster da macht. Ist das Gitter offen? Nee, ist das geschlossen? Okay. Ich sollte nachher mal das Gitter für den Hamster aufmachen, damit er raus kann. Oh, ich hab ein Skelett. Die werden wahrscheinlich alle hier unten sein. Wollen wir den denn her? Na ja, egal. Ich hab wahrscheinlich vom Skelett gedroppt und der kommt mir gerade gelegen. Böck! 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 Vielen Dank.